Hallo YouTube und willkommen zu einem kurzen Technik-Faultier-Video und mal wieder ein nischiges Thema. Denn ich war an die Tage auf einem Intel-Event. Intel hat endlich die 14. Generation seiner mobilen Prozessoren vorgestellt, die sogenannte Meteor-Lake-Generation. Und sie hatten angefragt, du Faultier, möchtest du dabei sein? Und das war interessant, denn es war nicht die große Veranstaltung, das AI Everywhere-Event von Intel in New York, sondern das Ganze fand statt in Italien. Und ich war auf dem Rückweg vom Huawei-Event und es ließ sich gut kombinieren. Aber es war halt nicht so ein großes Event, wo dann, ne, es waren im Endeffekt die kompletten Italiener. Intel ist ja auch groß in Italien. Und dann war da eine spanische Journalistin, ich glaube ein Franzose, eine Holländerin, naja, und ein Faultier aus Deutschland. Das war auf jeden Fall sehr interessant und davon möchte ich mal ganz kurz berichten. Und was hat Intel da jetzt endlich mit der 14. Generation jetzt alles vorgestellt? Denn es gibt ein paar Änderungen. Also, man kommt da sozusagen hin und dann ist es wie so oft auf den Events, ne, die führen Solisten. Man muss sich akkreditieren, vorstellen, wer bist du eigentlich? Und dann war ich erst im B2B-Bereich, denn es war nicht nur Presse, sondern es war viel größer. Ein Partner, Freunde, Intel-Angestellte-Event, ich weiß auch nicht. Dann stand ich erstmal in der falschen Schlange, weil die Italiener Presse irgendwie nur auf Italienisch raus und Stampa oder sowas. Und ich dachte, das ist doch Briefmarke, aber anscheinend ist Briefmarke auch Post und Post ist sowas ähnlich wie Presse. So habe ich mir das jetzt mal zurecht gebogen und dann da rein. Und dann wird man als Presse in einen kleinen, sehr kleinen, fensterlosen Raum geführt. Da standen dann vier Fernseher, die zusammen ein großes Bild ergeben sollten, was eher, naja, recht als schlecht angeordnet war. Und darüber konnte man dann eine Stunde dann lang den Livestream aus New York verfolgen, wo auf großer Bühne, vorgefertigt natürlich, wie auch immer mit Hochglanzbildern und Grafiken, die Meteor Lake Prozessor-Generation präsentiert wurde. Nebenan im Raum für Freunde, Partner oder was, Kunden oder was nicht alles, das war der luxuriöse Tempel. Die hatten Schnittchen, die hatten Essen, die hatten Food, aber da durfte man als Presse erstmal nicht hin. Ich glaube, die haben auch den Livestream geguckt, aber man guckte dann den Livestream. Interessant, das möchte ich an dieser Stelle aus dem Nähkästchen plaudern und die italienischen Kollegen, zumindest einige davon, am liebsten an den Ohren langziehen. Es war das erste Event in zehn Jahren, Event, wo ich nichts mehr verstanden habe, was auf der Bühne, was vorne, was im Livestream präsentiert wurde. Wahrscheinlich hat die Italiener das so mitgenommen, naja, die haben dann hier und gingen ab und was nicht alles. Und ich stelle jetzt nicht, dass die sich über was anderes unterhalten haben. Nein, die waren total aufgewühlt und gebannt, was Intel denn da jetzt auf großer Bühne präsentiert hat. Denn es gibt einen großen Wechsel beim Namen. Das iCore, das I im Namen, was Intel jetzt auch lange Zeit gepflegt hat, fällt weg. Gibt es nicht mehr. Diese neue Prozessorengeneration heißt jetzt ganz klar einfach nur Intel Core Ultra. Ultra kann man ja auch von anderen Herstellern. Man fühlt sich teilweise an Smartphone oder Watch-Hersteller erinnert. Aber Intel kann jetzt auch Ultra, weil diese neueste Generation halt ultra toll ist. Sie haben natürlich wieder Grafiken ausgepackt. So und so viel Prozent mehr Single-Core-Leistung. So und so viel Prozent mehr Multicore-Leistung. So und so viel Prozent weniger Stromverbrauch. So geil sind wir bei der internen Grafik geworden. Arc lässt grüßen, aber nicht für alle Prozessoren. Nur für die starken H-Prozessoren. Und was war das? Das nächste dann noch. Ach ja, Leistung per Watt und NPU. Ne, AI, war ja auch ein bisschen AI-Event. Auch Intel ließ es nicht nicht nehmen, zu betonen, wie lange sie schon AI machen, wie gut sie in AI sind. Und dass sie zukünftig sind Intel-Prozessoren, egal ob in den mobilen Geräten oder die auch neu vorgestellte fünfte Generation der Xeon-Prozessoren für die Server-Farms. Das Beste, was man für AI-Sachen kaufen kann. Gut, also iCore ist raus. Ihr merkt euch jetzt nur noch Core Ultra. So, also das ist das, was Intel da kommuniziert. Und dann, wir hatten ja diesen Buchstabensalat. In letzter Zeit waren es ja Buchstabe und dann sogar, oder andersrum vier Ziffern und Buchstabe dahinter. Das wird kräftig eingeschrieben. Wir haben dann Ultra, Ultra 5, Ultra 7 oder Ultra 9. So, dahinter kommen dann drei Ziffern und dann noch ein Buchstabe. Ein U für die, was soll man sagen, weniger leistungsstarken Prozessoren und ein H für die leistungsstärkeren. Das unterscheidet sich dann auch beim Stromverbrauch, bei den verbauten Performance-Kernen und sowas und bei der eingebauten sozusagen Grafikeinheit. Der eine oder andere sagt jetzt, Moment, wo sind die P-Prozessoren hin? P gibt es nicht mehr. Einfach nur noch U und H merken. U-Schwächer, H-Hallo oder was auch immer dann da die Übersetzung für sein sollte, für mehr Bums. So, beim Aufbau ist es auch sehr interessant. Denn Intel vorfertigt die Prozessoren nicht mehr aus einem Guss, sondern sie machen das erst einmal, das musste ich mir auch in vielen kleinen Details erstmal rauswühlen. Sie machen jetzt ihr Teilverfahren. Das heißt, unterschiedliche, gut, es passt jetzt nicht, aber es passt an der Stelle schon, unterschiedliche Teile werden unterschiedlich gefertigt. Kann man dann auch anders kombinieren und sowas. Intel selber macht dann den Compute-Teil, also den richtigen Prozessorteil, das erste, ich glaube, im Intel 7-Nanometer-Verfahren. Intel fertigt ja nach wie vor selber. Andere Teile, was haben wir da? Grafik-Teil, SoC-Teil, I-O-Teil oder sowas werden dann, das haben wir da, da gibt es ja die TSMC-Fertigungsdinger, 5 und 6 Nanometer-Verfahren und dann kann man das kombinieren. Ist ein bisschen flexibler, aber ich habe mir auch sagen lassen, erhöht den Stromverbrauch auch ein bisschen. Gut, muss man halt die Notebooks mit größerem Akku kaufen an dieser Stelle. Das ist natürlich auch interessant. Und dann zum Unterschied, alle vom Aufbau haben wieder Efficiency-Cores, also Stromsparkerne und Performance-Power-Kerne für mehr Bums. Ich glaube, alle haben mindestens 10 Efficiency-Cores, wobei das sind dann wieder 8 normale Efficiency-Cores und 2 Low-Power-Efficiency-Cores. Die sind dann noch mehr efficient als die nur anderen Efficiency-Kerne. Und dann haben unsere schwächeren U-Prozessoren, haben nochmal 2 Performance-Kerne und die stärkeren H-Prozessoren haben, glaube ich, 4, 6, ich weiß nicht, ob es sogar noch einen 8er gab. Nee, ich glaube, 4 und 6 ging es dann hoch. So, das ist so die Prozessor-Kernverteilung. Dann noch für den Unterschied, die U-Dinger haben die ganz normalen Intel XE-Grafikeinheiten, wo sind wir da, inzwischen 7 oder so. Und die H-Prozessoren haben ARC drin. Und da verspricht sich Intel jetzt, hat ein bisschen auf AMD, hat ein bisschen auf Radeon, 780er M hier und da hingehauen, um zu sagen, wir, guck mal, jetzt kommen wir mit unserem ARC-Zeug, Weltklasse-Grafik-Karte, Weltklasse-Interne-Grafik. Warten wir mal ab. Zu den Prozessoren-Dingern erzähle ich nichts, aber nachdem diese Vorstellung dann durch war, durften dann auch die in dem fensterlosen Raum eingesperrten Journalisten in den schönen fensterlosen, blau beleuchteten Raum für alle rein und sich da dann nochmal eine Präsentation anhören. Dann haben die Italiener noch ein bisschen was erzählt. Ich glaube, zum einheimischen Markt hier und da. Fragen gab es nicht beantwortet. Das muss man sich hinterher dann versuchen, jemanden zu suchen, der das auf Englisch vernünftig erklärt. Und dann hatten sie aber noch so ein paar Präsentationen und da, wo ich ja dachte, nur die italienische Presse ist dann so aufgeregt, dass sie so laut reden müssen. Nee, in dem großen Raum waren dann alle so aufgeregt, dass es, dann haben die Italiener eigentlich mal ein bisschen Ordnung rufen müssen. Zwei, dreimal der Typ mit Mikrofon tat mir echt leid. Also da muss ich an dieser Stelle mal sagen, bei, sag ich jetzt einfach mal, bei deutschen Presse-Events ist da im Vergleich Zucht und Ordnung. Die Italiener, die machen das anders. Also es war auch für mich mal ein schönes, wirklich ein schönes Erlebnis. So, nachdem das alles dann vorbei war, ging es eigentlich direkt zu diesem Baldur's Gate-Vorstellung. Da waren zwei, ich glaube, im Spiel sind ja insgesamt drei Sängerinnen plus ein Typ, der aber nur, glaube ich, nur um ein Lied, glaube ich, Raphael Stinksbums, da fällig wird. Schöne Grüße gehen an die Hardcore-Fans da draußen, die sich sehr gefreut hätten, da zu sein. Denn ich bin leider nicht vernünftig dazu gekommen, das Spiel zu spielen, sonst hätte ich da wahrscheinlich auch gequietscht. Aber dann sind erstmal die eine Sängerin, dann die anderen, dann beide zusammen, haben gesungen. Dahinter war das komplette Orchester dann da, dann haben die sich abgewechselt, dann kam das Orchester. Das sah, klang und vor allem klang das richtig gut. Das hatte sowas, ne, blau beleuchteter Keller, aber die Akustik mit denen, die waren spitze. Also da muss ich sagen, die haben dann eine Stunde, glaube ich, ihr Konzert gegeben. Währenddessen, wenn man denn wollte, konnte man schon an den Notebooks rumspielen, die da rumstanden oder sich die Wafer angucken, die auslegten in Lagen. Mit den neuen Chips kann man gucken, wenn man gleich nachher noch reinzoomt, dann sieht man auch, wie die Prozessoren dann aufgebaut sind. Ja, aber, naja, man sitzt da ja da. Ich habe es mir da auch nicht übers Herz gebracht, wenn die sich da Mühe geben, dann machst du was anderes und machst Fotos und Videos. Hab dann gewartet, bin dann anschließend zu den Notebooks. Denn, wie könnte es anders sein? Ich meine, wenn Intel ruft, das ist besser mehr, als wenn AMD und Qualcomm zusammenrufen würden. Wenn Intel ruft, kommen sie alle. Und so gab es dann auch die ganzen Ausstellungsgeräte dann da. Wobei nicht viele. Man muss sagen, Acer und Asus hatten was geschickt. Lenovo hatte einen Teil geschickt. Samsung hatte zwei Geräte vor Ort und MSI. Sechs Notebooks waren da. Ich habe sie mir alle näher angeguckt. Ich hatte da auch genug Zeit mit rumzuspielen. Ich habe herausgefunden, der Core Ultra Fünfer waren zu sehen und Core Ultra Siebener waren zu sehen. Ich glaube, der Neuner, den sieht man erst nächstes Jahr irgendwann. Und so richtig was drauf installiert war es nicht. Das heißt, ich konnte da nicht wirklich irgendwelche Benchmarks laufen lassen. Was aber schön war, einfach nur wieder zu gucken, wenn du dann die Dinger da siehst. Und dann, ich meine, Asus war es wieder, die ein verbautes OLED-Panel hatten. Ist schon, ist schon, ist schon, schon hinzugucken. Nein, ansonsten sich da den Aufbau anzugucken von den, auf den Wafern und auf, ne, von den, von den Core Ultras und den Xeon der Herren. Das war auch schon schön. Mein großer Traum ist es ja nach wie vor immer mal in eine Prozessorfertigung reinzukommen. Nein, die Reihenräume, wo dann, wo dann die Belichtungsmaschinen. Das wäre schon richtig was, sich sowas mal anzugucken. Also allein da und sagen, oh, jujujujujuju. Also das wäre, finde ich mal richtig, richtig schön. Auf jeden Fall hatten sie dann auch die paar Ausstellungsstücke, um zu zeigen, da sind wir. Aber interessant, keiner von den ausgestellten Notebooks hatte einen Aufkleber, schon, ne, wo Intel Core Ultra draufsteht und dann, ne, welcher Prozessor verbaut ist. So, das ist sozusagen mein Erfahrungsberichterort, ne, ein bisschen dann quatschen, ein bisschen Fragen stellen. Ja, Intel sind die schönsten, besten, tollsten, wie auf jeder Veranstaltung, ist da auch. Wobei, einer war auch schön, der hat das Ganze vernünftig einzuordnen, versuchen. Ich habe natürlich auch ein bisschen was in Bezug auf Qualcomm's Elite, ne, da versuchen rauszukitzeln. Warten wir mal ab. Die sahen das Ganze noch sehr gelassen. Und dann guckte man sich ein bisschen rum. Ich habe auch mit einem italienischen Kollegen, der dann ein paar Tage später eine Testeinheit da hatte, schon mal gesprochen, um zu sehen, was wird da gemessen. Weil Benchmarks, ja, für Prozessoren ergibt das Ganze ja Sinn. Da muss man aber sagen, das wirkt ein bisschen ernüchternd, was man da so an Werten erstmal bekommen hat. Es ist ja angeblich, da können sich ja die Hersteller immer zurück drauf berufen, ne, es ist ja noch nicht final. Da kommt noch ein Update, tritratrolala, ne, dass man dann sagt, bei Performance und Multi-Core-Performance, also Single-Core- und Multi-Core-Performance von den neuen Intel-Chips, ne, teilweise habe ich da was mitbekommen von Zahlen, die eigentlich schon noch unter den 13ern waren. Wo ich mir auch denke, das kann ja eigentlich nicht sein, vielleicht kommt da ja wirklich noch ein Patch-Update, was auch immer, ne, für die Benchmarks oder sowas. Was ich aber anscheinend sehen lassen konnte, war wirklich die Gaming-Performance oder die Grafikkarten, die GPU-Performance, mit der verbauten, bei den H-Dingern, mit der Intel-Arc-Einheit da verbaut, dass man bei der AMD Radeon 780M, ne, das war so das Standard-Protron-Brot-Teil von AMD, mit dem sie sich da intern vergleichen mit den Dingern, da durchaus gut mithalten kann. Ne, ja, ja, wäre ja auch mal, wäre ja auch schon mal was. Und bei dem ernsten NPU-Zeug, ne, für AI, sorry, da bin ich raus. Also das ist mir noch alles zu abstrakt, was da irgendwie Vorteile wären. Was ich interessant finde, was die Dinger natürlich können, ne, Thunderbolt 4 hier und da, Bluetooth 5.4 ist ja auch mit an Bord. Wi-Fi, Wi-Fi 7, wobei das von Folie und was Intel da gesagt hat, auch variierte, weil oft war nur die Rede von Wi-Fi 6i mit Sternchen. Das liegt auch bei Intel und das finde ich auch sehr schön, dass auch ein großer Konzern wie Intel, der eigentlich jedem auf den Beutel immer geht mit ihrem Trademark-Zeichen und wie man Sachen nennen muss und ganz korrekt ist und was nicht alles, dass auch Intel bei sowas aufpassen muss, nicht überwiegend nur von Wi-Fi 7 zu sprechen, wenn der Standard ja erst nächstes Jahr offiziell final verabschiedet ist. Auch wenn die alle sagen, das Hardware-Zeug ist alles fix, ne, beim Software blabliblub, da ist dann ein Patch, wenn überhaupt was nötig ist und dann ist das alles Wi-Fi 7, ne, auf jeden Fall Wi-Fi 7, Wi-Fi 6i können die Dinger auch. Ich meine, ist ja die neueste Prozessor-Generation, die ganzen Partner sind an Bord, ich meine, ist das Intel. Nächstes Jahr werden die überall rausschießen, ich habe hier, glaube ich, kaufenweise Grafiken und was nicht alles eingebaut, wo man mal gucken kann. Ich bin mal gespannt, wie sich die Dinger dann wirklich im Alltag schlagen, wie die sich mit AMD Zen 4-Dingern vergleichen, wie die sich dann in der zweiten Jahreshälfte mit Qualcomm's X-Elite-Prozessoren, wenn wir da überhaupt Geräte am Markt sehen werden und wenn diese Geräte überhaupt bezahlbar sind oder was da kommt, da gibt es ja auch schon wieder Gerüchte, wo ich mir denke, Leute, seid doch mal alle vernünftig, aber naja, war auf jeden Fall eine interessante Sache. Für mich mal ein rein italienisches Event mit, ich sage mal, drei Ausländern sozusagen, war auch mal eine Empfehlung, würde man ja nicht meinen, ne, das wäre so was, es klingt jetzt so, als ob man auf einem japanischen Event wäre oder sowas, einen kompletten Kulturschock, aber manchmal muss man dafür gar nicht so weit reisen. War auf jeden Fall mal ein Erlebnis. So, da habe ich jetzt mal alles zusammengefasst und ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich hoffe, das war für den einen oder anderen auch mal interessant. Ich weiß, diese Hintergrundberichte und wie so Touren und sonst was waren, ist leider in letzter Zeit etwas kurz gekommen. Ich gelobe Besserung. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.